Braucht es auf LinkedIn ein Company-Profil? Die Interaktion, der Austausch, der findet ganz klar zwischen Menschen statt, also über den privaten Account. Ist ja klar, ich will mich nicht mit einem Logo austauschen, aber trotzdem brauche ich ein Profil, wenn ich eine Firma bin. Vier Gründe dazu. Erstens mal, damit ich mich mit der Firma, mit meinem privaten Profil verbinden kann, damit auch das Icon-Logo in meinem Profil erscheint. Das Zweite ist, damit ich mich mit meinen Mitarbeitern verbinden kann und über die auch Messages multiplizieren kann. Der dritte Punkt, ich werde bei Google gefunden. Und der vierte Punkt, ganz wichtig, ich kann nur über mein Company-Profil Kampagnen fahren, das heisst ein Targeting auf spezifische Zielgruppen ausführen und das dann mit Geld, also Sponsoring, hinterlegen, sogenannte Social-Ads schalten. Deshalb also braucht es ein Company-Profil auf LinkedIn, ganz klar. Aber die Interaktion, die passiert schlussendlich über meinen privaten Account und darum auch Personal Branding, ganz wichtig, auf LinkedIn. Was ist eure Meinung dazu? Das würde mich wie immer in den Kommentaren interessieren. Und mit dem einen formen